so schaut mal was ich hier für einen schönen weichen waldboden gehe hier läuft sich super gut also ganz toll man muss halt nur aufpassen hier sind ein paar felsen und wurzeln aber hier ist es jetzt zumindest nicht so steil ich hoffe halt dass ihr das gut erkennen könnt weil also meine videos die werden halt leider beim hochladen etwas verpixelt direkt am handy sehen die schon etwas besser aus da kann ich halt leider nichts machen aber das gefällt mir schon sehr gut so 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 Untertitelung des ZDF, 2020